Hey Leute, ich bin's Conny und heute spiel ich das erste Mal Roblox Panic! Vergesst nicht ein Like dazulassen und viel Spaß! Der Server ist voll, okay, ich geh jetzt einfach mal rein in so ne Lobby. Oder könnt ihr nachjoinen und wir spielen dann einfach mal Panic. Und da weiß ich nicht so ganz, worum's hier geht, aber das Spiel soll auch sehr cool sein. Also guck mal einfach mal nach. Ihr müsst E drücken oder auf das Ding rauftippen. Okay, teleportieren! Okay, wir sind drin. Okay, los geht's. Ähm, warten auf Spiele. Okay, wir warten auf Spiele. Wir sind in einem Supermarkt, das ist doch schön. Es halten sauber, es halten sauber, es halten sauber. Interessant, was hier so steht. Warnung, der versucht den Ladenlift zu öffnen, führt dazu, dass die Alarme ausgelöst werden. Okay, dann öffnen wir nicht den Ladenlift. Wir warten immer noch auf Spiele. Was soll das? Hört auf mich zu schubsen! Da hab ich nie was getan! Geht weg von mir! Ich will doch nur einkaufen gehen! So, Wasser. Geh weg! Was ist denn das? Okay, ähm, Walmart ist geschlossen, wie's aussieht. Das hier ist doch der viel bessere, dieses viel bessere Walmart-Word. Was ist eigentlich meine Aufgabe? Aber Happy tritt in sieben Sekunden das Eliminierungsprotokoll ein. Okay, ähm, ich geh einfach weiter einkaufen. So einen Huhn brauch ich auch, auf jeden Fall. Ähm, Zeit remaining. Was steht denn hier? Ah, hier kann ich Sachen scannen. Aber das ist nicht mein Inventar. Dann dropp ich einfach mal. Gut, wir brauchen Äpfel. Was brauchen wir noch? Also, wir brauchen Apfel, was auch immer das ist, Seife und Orangensaft. Okay, Orangensaft haben wir schon mal hier. Das ist gut. Woher wir das haben? Keine Ahnung. Weg damit. Und... Ne, wir brauchen... Ey, was bist du denn da für einer? Geh mal weg! Ah ja. Orangensaft, Apfel und... Was war das letzte? Könntest du mir nochmal in den Chat schreiben? Aber wo finde ich Äpfel? Ich brauche Äpfel, bitte. Bitte, Äpfel, bitte. Kann ich die Sachen eigentlich verschieben? Ne, kann ich nicht. Schade. GameName, bitte. Heißt einfach nur Panik. Hier, hier wird's doch sicher Obst geben. Okay. Aber gibt's doch normale Äpfel? Hallo? Warum ist das alles so groß? Soll das ein Apfel sein? Okay. So, und was war das letzte? War das Käse? Seife. Danke, Seife. Okay. Suchen wir mal nach Seife. Seife, Seife, Seife. Seife! Yeah! Okay, wir haben alles. Ich hoffe, die Reihenfolge ist nicht wichtig. Dann bringen wir einfach alles zurück. Zum Schiffen. Ich will jetzt nicht schiffen. Ich war vor dem Stream noch erst schiffen. Da hinten war das Ding, ne? Ja. So. Bringen wir die Sachen hier einfach mal hin. Taschen. Apfel haben wir. Seife haben wir. Und Orangensaft. Yeah! Achso, ich muss drei Sachen scannen. Okay, und ich hab siebeneinhalb Minuten. Jetzt muss ich erst mal die andere Kasse finden, oder wie? Und der Typ, der sollte mich, glaube ich, nicht fangen. Bitte nicht, bitte nicht. Ja, okay. Das nächste, was ich brauche, ist ein Donut. Pilze und... Ah! Und Käse und Wurst und... Geist. Okay. Warte, gibt's hier Käse? Beim Obst und Gemüse? Wahrscheinlich nicht. Aber der Typ soll da mal weggehen. Hier kann man mit dir spielen. Man muss mir folgen und nachjoinen. So. Wir brauchten Käse. Was brauchten wir noch? Ich weiß jetzt wieder nicht, was wir brauchten. Ich bin so aufgeschmissen. Das Spiel ist zu schwer für mich. Hier ist Käse. Hier ist... Ah, Milchschnitte. Eiscreme-Sandwich. Natürlich, Eiscreme-Sandwich. Was? Das war dann das letzte Geist, aber der Geist war bei dieser anderen Bank. Äh, bei der anderen... Ähm, wie heißt das? Äh, ist so egal. Okay, wir brauchen... Donut. Okay, wo finden wir Donuts? Bestimmt hier. Hier sind ja auch Kuchen drin. Also würde es ja auch Donuts geben. Glaube ich. Okay. Ich glaube, wir sollten nicht schiffen. Geht das ein Donut? Yay! Und wo findet man Geister? Habe ich noch gar nicht gesehen. Dit. Dit. Was? Mushroom. Oh Gott. Hier war Käse. Ach, nee. Okay, Käse kann ich schon mal droppen. Brauche ich nicht mehr. Ah, Gott. Ich brauche Pilze. Aber Pilze sind doch sicher hier. Pilze, please. Pilze, Pilze. Da ist Pilze. Ja. Perfekt. Jetzt muss nur noch der Typ weggehen. Und wegbleiben. Eins, zwei, drei. Perfekt. Okay, jetzt nur noch Käse, Geist und Wurst. Das ist mein Käse. Jemand hat meinen Käse geklaut. Da oben. Lass mich an den Käse da oben ran. Na gut. Ähm. Da oben ist ein Geist. Ich brauche doch nur den Geist. Warte, wenn ich das mitnehme... Nee, dann kommt der nicht runter. Ähm. Wie kommt man an die oberen Sachen ran? Muss ich größer sein? Oder sind die da einfach nur zur Deko? Ach, geh doch weg. Oh. Ähm. Wurst. Nein, der hat mir meinen Geist geklaut. Der soll aufhören, mir den Geist zu klauen. Da ist ein Geist im Regal, aber ich kann ihn nicht mitnehmen. Der wird mir sonst geklaut. So, aber das wird auch easy. Wir schaffen das. Wir brauchen nur noch Wurst und Käse. Und das sollte ja wohl nicht so schwer sein. Aber habt ihr schon Wurst irgendwo gesehen? Wahrscheinlich beim Tiefkühlfach. Ich kann mir deinen Kommentar gerade nicht lesen. Ich habe Wurst gefunden. Perfekt. Und Käse gefunden. Easy. Ha, dieses Spiel ist viel zu einfach für mich. So. Düt. Düt. Und. Düt. Geschafft. Was ist meine nächste Aufgabe? Finde den. Was stand da? Schreib nochmal, was ich machen soll. Finde den. Was soll ich finden? Das hier? Ich habe. Du beschaffst. Ist das schlecht? Ist das gut? Das ist gut. Ich habe es geschafft, glaube ich. Oder? Bin ich tot? Was bedeutet beschaffst? Heißt das, ich habe es geschafft? Oder heißt es. Ach, ich habe es beschafft. Ich bin Platz vier. Platz vier ist doch gut. Okay, ich gehe einfach mal zurück zur Lobby. Du bist vierter. Ich habe es geschafft. Dankeschön. Gute Übersetzung. Du beschaffst. Gut, ich warte hier wieder in der Lobby. Ihr könnt mir dann wieder nachjoinen. Wenn ihr fertig seid. Ich warte einfach noch ein bisschen. Ist aber auch eine schöne Lobby hier. So mit Spinnen. Und noch mehr Spinnen. Felix wird das lieben. Oh, ich muss Felix herholen. Wo ist Felix? Felix! Felix ist nicht da. Leute, ich brauche Felix. Na gut. Wie voll ist die Lobby? Die Lobby ist voll. Okay, dann. Oder ist sie voll? Ja, ich denke sie ist voll. Wir gehen einfach mal hier rein. Und ihr könnt mir dann nachkommen. Okay. Benutzen drei. Nur drei, Leute? Drei, eins, sechs, sieben. Acht, neun, zehn. Ihr müsst E drücken oder auf die Schaltfläche drücken, um reinzukommen. Und wir sind... Ich glaube, das ist eine F... Doch, 17. Okay. Diesmal sind wir 17. Beim letzten Mal waren wir auch 16. Keine Ahnung warum. Ja, bin drin. Okay. Dann ist das Spiel doch relativ einfach. Man muss ja eigentlich nur hier ein bisschen chillen. Guck mal, hier ist so ein kleiner Kistenmann. Hallo. Einfach chillig einkaufen. Aber bei den Einkaufsplanen kriegt man ja erst, wenn es dunkel wird. Also neu. Hier steht nicht mal ein Preis dran. Dann nehme ich das mit. Ich nehme alles, wo kein Preis dran steht. Weil dann ist es ja kostenlos. Geil. Oh nein, wir wurden eingesperrt, was? Nein. Habe ich einen traurigen Emote? Ich habe einen wütenden Emote. Nee, warte. Der hier ist wütend. Ah. Oh, ich wurde geschubst. Okay. Ist das da schlecht? Geht mal da ran. Okay. Es geht nicht. Es war rot. Deswegen dachte ich eben... Ah, lol. Die 5-Sekunden-Regel. Wenn Fleisch auf den Boden fällt, wird schlecht. Ja, gut. Okay, die Kassen sind immer an anderen Stellen. Das ist zumindest Variation. Taschentücher, Milch und ein Apfel. Dann brauche ich nichts von all dem hier. Nimm die Sachen. Nimm sie. Aber nimm nicht mich. So, Apfel gibt es ja immer hierhin. So. Nee, das war eine Beere. Die Sachen sind auch alle so groß. Magnet. Uh. Nein. Ich weiß nicht, was der Magnet kann. Aber ich habe... Okay, ich habe ein Magnet. Ich habe einen Apfel. Dann brauche ich noch Taschentücher. Und Milch, ne? Taschentücher. Ist das Milch? Joghurt. Okay, Joghurt. Natürlich ist das Joghurt. Kennt ihr das, wenn ihr einkaufen seid und steht vor so einem Regal und seht einfach nicht die Sache, die ihr mitnehmen wollt, weil ihr wisst halt nicht, wie es aussieht. Da ist so viel Zeug. Taschentücher. Endlich gefunden. Und es ist unmöglich zu wissen, ob ihr gerade vor dem richtigen Regal steht oder nicht. Okay. Was brauche ich denn hier? Okay. Seife. Warte. Das kann ich doch machen, oder? Seife, Joghurt und Trauben. Na gut, dauert ein bisschen. Ich brauche noch Joghurt. Wo finde ich Joghurt? Guten Tag. Ich brauche ein bisschen Joghurt, please. Vielleicht hier. Milch. Ist es nicht. Ist das Joghurt? Joghurt. Ja, Mann. Jetzt so einmal quer über die Map laufen, um die Sachen wegzubringen. Aber dann kann ich direkt Trauben mitnehmen, weil ich brauchte Trauben, Seife und was brauchte ich noch? Nochmal Joghurt. Naja. Was habe ich an meinen Händen? Ist das gut oder ist das schlecht? Ich glaube, das ist der Magnet. Das ist die falsche. Warum laufe ich hier hin? Ich bin so dumm. Düt. 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 Perfekt. Weiter geht's. Was ist gildet? Gildet ist sowas wie Discord. Nur halt nicht Discord. Was brauche ich hier? Irgendwas. Okay. So, ich brauche jetzt noch... Ah, geh weg. Nimm mir nicht meine Trauben. So, Joghurt und Seife war es, glaube ich. Dann nehme ich hier die Seife mit. Und Joghurt weiß ich ja, war da hinten. Also hole ich mir noch ein bisschen Joghurt von hier hinten. Ich hoffe, Joghurt ist da hinten noch. Und es wird nicht regelmäßig geändert. Ich sehe nämlich keinen Joghurt. Nein. Ich brauche doch meinen Joghurt. Was ist denn das auch für ein Laden, der sich ständig wieder umsortiert? Nein, du kannst mir doch nicht... Nein, das ist mein Joghurt. Das ist mein Joghurt. Ah. Vergiss es. Okay. Ich warte, bis die Regale wieder aufgefüllt werden. Das ist schon in Ordnung. Bitte. Ich brauche doch nur ein bisschen Joghurt. Ja, Joghurt. Ah. So. Ich hoffe, ich lag richtig mit meiner Erinnerung. Eins, zwei, drei. Perfekt. So, das Letzte, was ich brauchte, weiß ich gar nicht mehr. Ich brauche den Geist auf jeden Fall. Ähm. Aber die anderen Items kann ich mich nicht erinnern. Brauchst du auch Seife, Conny? Ja, ich brauchte Seife. Aber hatte ich ja schon. Hey. Ladi wird es entkommen. Perfekt. Okay. Hier brauche ich einen Geist. Und Pasta und Code Nil. Nil ist auch gut. Ich würde sagen, das ist ein Cupcake. Pasta und Cupcake. Da unten ist ein Cupcake. Keine Ahnung. Hey. Weg da. Hätte ich mir das von Anfang an gemerkt, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich schon fertig sein können. Naja, geh doch endlich weg. Ich drücke eh zum Schocken. Dafür sind die... Okay, gut zu wissen. Ist das Pasta? Das ist Getreide. Okay. Serious. Brauche ich nicht. Cupcake. Yeah. Und zuletzt nur noch Nudeln. Das ist Reis. Brezeln. Brezeln. Okay. Nochmal Brezeln. Haben wir hier. Chips brauche ich nicht. Hm. Ah, nachgefüllt. Perfekt. Jetzt sind hier doch bestimmt Nudeln. Ja, Nudeln. Pasta. Perfekt. Ich habe alles. So, einmal den Cupcake, die Nudeln und den Geist. Ah, geh weg. Alter, der war direkt hinter mir. Zum Glück hat jemand anderes geguckt. Wie ehrenlos mich die Leute auch immer schubsen. So. Geh zum Schiffen. Ich bin beschafft. Was ist das für eine Animation eigentlich? Yeah, ich habe Kekse. Aber ich bin mal wieder nur Platz 4 geworden. Okay, schneller schaffe ich das irgendwie gar nicht. Panik ist ganz cool. Aber der Spielmodus ist irgendwie zu einfach. Ja, man kann versuchen jetzt Erster zu werden. Und es gibt bestimmt noch ein paar coole Sachen, die man machen kann. Aber es ist ja jetzt irgendwie das Gleiche. Es ist nicht so wie bei Doors, dass es ziemlich schwer ist. Also schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr Panik findet. Lasst gerne auch ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao.